ja die büse enttet wieder drohende finanzprobleme Minus. Fünftartend. wie viel arbeitslose habt ihr ungefähr wo steht das wenn du auf deine besucherzahl licks dann auf die teils er auf deine einwohner zu untertitel arbeitslose 178 da habe ich aber 20.000 freiheit wo steht denn das ach so arbeitslos ach so habe ich auch neue ich habe keine pendler von außerhalb weil ich habe von der hohen arbeitslose war bei der schicht oder was haben wir das ist habe ich noch 649 jobs aber die sind besetzt weil ich keine leute habe dafür wo ich freue mich schon wenn ich den bootreaktor dabei und man auf die strom liefern 6 ich zweistet davon bauen und dann reicht es so schön ich war gerade fast bleibt jetzt habe ich wieder 400.000 und 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 um er eben sehen bevor er mich gleich nicht mehr wird mich mal vorschlagen das ist nicht für eine Aufnahme oder was 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 war schon wieder auch damit aufnehmen muss auch noch ein paar Sachen erledigen mir ist egal mir auch weiter also ich müsste gehen ihr könntet ja auch ruhig weiter machen ja da hören wir dann lieber auch auf warte dann gehe ich nur noch kurz um meine Versorgerstadt gut, also beim nächsten Mal musst du da noch eine Prozessorfabrik bauen, das ist zu wenig ja, ich muss irgendwie meinen Wasserangriff kriegen aber wo baust du denn hier hin? kein Platz dafür kriegt Geld dafür vor allen Dingen ja gut, ich bin dann weg, ihr kurz noch weitermachen ja und tschau tschüss könnt ihr, wollen wir noch weitermachen, oder? ja, wir können noch ein paar Minuten ja, okay ich denke mal, bei dir ist es nicht so schlimm mit den Folgen, oder? nee was meinst du nicht so schlimm mit den Folgen? ja, du hast ja noch ein paar ältere Flager naja bei mir geht es ja jetzt mit dieser Aufnahme schon am Mittwoch weiter so, ja bei mir geht es ja leider nicht gleich weiter aber ja, egal kann natürlich was sagen, ich mache ab Mittwoch erstmal eine Pause und warte, bis du aufgeholt hast damit kannst ruhig weiter, oder? na gut wär ich auch ganz gut, oder? mir ist egal aber ich glaube, ich habe glaube ich am 4. Dezember jetzt die Folge da müsstest du ganz schön lang warten ne, man kann es, oder? und eigentlich ist es besser, wenn wir beide gleichzeitig sind, ne? du kannst doch zwei Folgen am Tag veröffentlichen oder muss ich ja nochmal alles umstellen musst du durch ja, guck ich da nochmal so, wie weit ist denn mein Forschungsprojekt? 3% oh, es läuft ich wollte hier die Prozessor, äh, die Computerfabrik hin wo baue ich denn da die zweite Prozessorfabrik hin? ich habe keinen Platz hier die Stadt ist zu klein ja, die Stadt ist irgendwie überall zu klein boah, ich habe mir drei Kredite am Laufen, ey ich habe keinen ich brauche die, wenn ich wieder pleite gehe ne, meine Versorgerstelle gerade jetzt zahle ich einen ab und dann nehme ich gleich wieder einen neuen auf aber ich muss sagen dieser kleine Tunnel ich glaube, da hat es schon ein bisschen gebracht echt? ja wie soll ich den auch mal machen? ich habe den nämlich von da unten, wo es bei mir so tief ist bis ganz fort zur Einfahrt gemacht ok und in dem Tunnel ist Stau, komplett von vorne bis hinten so, ich wollte erst mal eine große Partei wachen und ich koste aber ganz schön scheiße ich kann auch gerade keinen Kedite haben fuck hab ich hier noch eine wie sieht es denn bei mir mit Verbrechern aus? 66 pro Tag na, ich habe hier 5 gerade eine halt in der Kleinstadt ui, Stromprobleme da müssen wir den Kraftwerk wieder zuschalten nissan-leave-ladestation bringt die mir was? bringt die mir was denn? ladestation ist einsatzbereit stellen sie eine Stadt auf nehmen sie müssen sie zu 100% elektrischen nissan-leave-nutzen stellen wir vor die Uni erst mal im richtig fetten Park hier aufgestellt stellen sie den Wut-Tower auf kriege ich 10.000 die sind es nicht wert sag ich dir jetzt schon was? die sind es überhaupt nicht wert lass es lieber ich stelle ihn trotzdem auf ne, ne stellen sie ein Polizeirevier auf ne, das mache ich gerne komm ja, hier ist genug Platz da schnell ja, weg mit dir 20 von 1000 Tonnen Legierung sind da und 20 von 2800 Tonnen Metall sind da das ist nicht Cuz wo wer super sch sie record sch era